Hallo, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure Musik aus Google Play Music herunterladen könnt, nachdem Google ja auf YouTube Music umgestellt hatte. Nach meiner Meinung total unnötig und kompliziert, aber was will man machen? Es gibt nun die Möglichkeit, eure gekaufte Musik von Google Play Music zu downloaden. Dazu geht ihr einfach auf takeout.google.com. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr da seid, könnt ihr dann zunächst einmal auf Auswahl aufheben. Dann setzt ihr die Häkchen überall weg. Und ihr scrollt dann zu Google Play Music runter, denn ihr wollt ja nur eure Musik herunterladen. Und setzt da eben einen Haken. Dann geht ihr auf nächster Schritt. Dann einmal exportieren. Hier könnt ihr euren Dateityp auswählen. Und dann auf Export erstellen. Google erstellt jetzt einen Export. Und wenn dieser fertig ist, bekommt ihr eine Mail und könnt ihn dann auch sofort herunterladen, euren Export. Genau. Das war's dann. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Viel Erfolg und bis dann.